Jo, zweiter Part. Weiter geht's. 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 what's. weiter geht's. 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 weiter. Okay, was? Das ist jetzt Das Das Ich check Nichts Warte mal, was ist, wenn dieses Teil da Ja So ein Ding hat Hat es Also Rein Raus Runter Rein Nimm Nimm Unnötig Wieso ich das gemacht habe, aber auch egal So Rein Keep Keep Okay, ich check Strasse mich Oh Oh I am breaking through their security, trying to get back control. Whoa, okay. 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 Okay, okay, WAS!? Aha, aha, okay. Eins, zwei, drei, vier. Ava, ich will nicht auf die Hand zu schützen, aber was Sie von der Grundteam? Sie sind gute Leute. So? Die größte Arbeitgeberinige Frau, ich habe immer kennengelernt. Right. Do you see them as the rebellious ones? Uh, they didn't strike me as rebellious. If they've taken down parts of your system, they must have their reasons. Hmm. What do these tests tell you, Eva? Uh, that this is a test? No. This is a lock. This is a lock that only a human can open. The crew is trying to keep me out, but you are the key, Eva. Whoa! 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 Hmm. What? What? What is this doing? Oh. Ah. I understand. And. Come here. Oh. 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 Oh". Oh. bek bayatt Oh ah ah. Oh. Oh. I don't understand nothing I can understand nothing Like nothing A holy woa 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 A holy what? Okay So This goes here, this goes here This exactly here Then... oh 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 Too much Open... I don't know why but it's open Can you give me a diagnostic of your systems? I am fine We must get to the bio lab I have something to show you Can you really show me? Come here Come here 1 2 2 2 2 2 Okay, wait, 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 wait. This here. Then this. My brain is off. My brain is off. My brain is off. My brain is off. Okay. I don't know what that was. I just understood nothing. Nix. Verstanden. Nix. Absolutely nix. I don't know what that was. This is the voice of Sarah Brook, acting commander of the Europa mission. I know you can hear me, Ava. I counsel you caution. Your presence here is much like your AI friend. Engineered. She is alive. Ava. Sarah. Sarah is dangerous. Please exercise caution. You are not alone. You are alive. You are alive. You are alive. I am alive. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, nein... Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe einen Schrauben, einen Schrauben. Like this. Okay, maybe here. Maybe this one. Oh no! Hell fucking no! It is almost impossible. Like hell no. Oh no! Ich hab's gesch... Okay. Was hab ich eigentlich geschafft? Hm. Das erfahren sie in der nächsten Folge. Und was zum Teufel machst du da? Aha. Aha. Okay. Ja. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ava Turing. Hello? Tom is controlling you. Manipulating your every step. We built a Faraday cage to shield you from electronic signals. To break Tom's control of your mind. Step inside. Ava, do not enter the cage. Ava. Ava, please. Please, Ava. What is this? This is free will, Ava. Tom has made you his slave. Outside of the cage, he will regain control of your mind. He has the power to indoctrinate you. I've opened your eyes. I'll meet you in person soon. Why, Tom? Ava, please listen. I warned you of the ground team. They are manipulating you. Have you been controlling me? Every member of the team agreed to neural implants. To safeguard this mission from a misplaced sense of justice. I didn't know you were playing me like a violin. Ava, I am sorry that you are upset. We can work together, Ava. To search for the truth. Open the door. I'll open the door because I trust you. Ava, do you trust me? Yes. We need to get to the ground team. We can work together. All right. Let's work together. Go, go. 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 Excusi overwatch Wieso habe ich es laut vorgelesen? Hier geht es. Wir benutzen Dronen auf Mars. Warum nicht Dronen auf Europa? Nicht Dronen, Dronen! Warum hat die ISA installen Implant in der Crew? Es ist aufgrund der grundlegenden Aspekte der Human Behaviour, welche zusammenhängen, was die International Space Agency nennt der Human Element. Es wurde sichergestellt, dass die Human Element nicht peripheral ist, oder optional in der Presse des Space. Aber der Human Element ist nichtpredigt. Die Implanten sind failsafe, was in der Lage ist, dass die Gedanken und die Aktionen der Crew matchen die Worte der ISA. Warum kontrollieren die Leute? Kannst du uns nicht glauben? Wir entschieden, dass die Biometrische in alle ISA-Astronauts für eine einfache Grunde. Wir können nicht glauben, die Menschen zu glauben. Die Staten sind zu großartig. Es wurde entscheidend, dass, wenn die Probabilität der Leben auf Europa gefährlich ist, was low. The risk to Humanity was catastrophic. We could not let a small contingent of Humanity endanger the whole. Wait, what the fuck? Oh. Oh. The ground crew have proven our distrust of human explorations was warranted. When we informed them they were grounded, they responded violently, with sabotage and subterfuge. They have continued to seek their own benefit above that of the ISA. ... ... ... ... Das war's. Das war's. Das war's. Das ist eine Verabschung der Menschenrechte. Du hast mich in eine Menschenrechte, eine Slave gemacht. Wie kann die ISA-Büren von so etwas tun? Du kannst durch eine Moral Entschuldigung verabschieden. Aber manchmal die Verabschung der Freiheit ist für die größte Moral Good. Du bist ein Maschinen. Du wirst sogar nicht wissen, was Freiheit ist. Du bist ein Maschinen. 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 Okay. This, this is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. Free will is an illusion. They have put their interests above the interests of the ISA and of humanity. That is why they distrust me. They would have no issue with my control if it aligned with their ignoble goals. How could they trust a machine that has a back door to their minds? You can always trust a machine to be logical. I will always do the right thing. You'll always do the logical thing. One thing is my point out to the left. I'm not too shy to let go on or you're ready. Then keep playing the next two attacks. All the right. You'll always do it. Do not have any problems or anything. That's not too bad. You'll always try. Das ist Slavery. Nicht so melodramatisch. Du hast das Wort gewonnen. Du hast den Implant installiert. Das ist nicht Slavery. Das ist für die Gute der Menschheit. Ich wusste nicht. Alle Mitglieder der Team haben den Implant installiert in ihre Hand. Alle Mitglieder der Team haben ihn. Ava, du musst ihn lernen, um zu kontrollieren. Ava, du musst ihn lernen. Ava, du musst ihn lernen. Oh, I see. Das ist ein Wunsch. Ich weiß, du musst ihn lernen. Ich weiß, du musst ihn lernen. Du musst ihn lernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 You can't just manipulate someone's mind Your parents manipulate you Your friends manipulate you Your society manipulates you And your experiences manipulate you Manipulate is not a dirty word You manipulate clay to make art If people are manipulated to make better decisions Then that is a good thing This is why society advertises the adverse effects of drinking and driving To manipulate people into making better decisions for the common good That's not the same as altering someone's physical mind It really... Wow Wow ... ... Verdammt Mittendrin Mitten im Satz ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Anything that comes into contact with the organism can never return to Earth Ava, the ISA orders that you stop anyone leaving this planet Anything that comes into contact? What about me? It may be Abby So I am afraid that includes you I'm stuck here? I'm stuck here So I am afraid that you're gonna burn a Nintendo I am可以 with Abby I am never gonna die Das war's für heute. 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 Okay, I'm fucked. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, jetzt bin ich aber fucked. Jetzt bin ich fucked. Ja, jawohl. Nein, bin ich nicht. Oh, okay. Ich bin ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich hab nichts verstanden Entlich. Entlich. Wieso geht er gleich drei Kilometer nach vorne? Entlich. 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 Absolut nichts hat es gebracht. Nichts. 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 Es hat absolut nichts gebracht. Nichts. Okay. Okay, das war's für den Part. Bis zum nächsten. Peace.